Hallo, hier ist wieder Bernie, der Biogas-Blogger. Endlich! Nach wochenlangem Wohnschooling konnten die Viertklässler der Gebrüder-Krimmschule aus Osterbrook heute einen echten Ausflug genießen. Natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln. Bei bestem Wetter ging es zu Fuß zur Biogasanlage Rahming. Nachdem die Kinder im Sachunterricht das Thema Strom durchgenommen hatten, wurde nun das Wissen rund um Elektrizität an praktischen Beispielen vertieft. Dabei ging es auch um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern. Hierbei wurde den Kindern vor Ort die Gewinnung von Strom aus Biomasse erläutert. Anschließend hatten die Schüler noch genügend Luft zum Austoben. Nach so langer Zeit war dieser Vormittag eine willkommene Abwechslung zum Corona-bedingten, eingeschränkten Schulbetrieb. Dank an alle beteiligen. Euer Bernie, der Biogas-Blogger.